Mit 71 Jahren der Älteste im Techno-Club. Peinlich oder ziemlich cool? Ich möchte weiterhin jetzt wild und gefährlich leben. Eine Model-Karriere mit 69 Jahren. Muss das wirklich noch sein? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht ich, wer denn dann? Abschied in den verdienten Ruhestand? Oder jetzt erst richtig aufdrehen? Eine neue Rentner-Generation will es wissen. Die wilden Alten kommen. Was ich mir beweisen will, dass ich gebraucht werde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Endsp'?